Heyo, herzlich willkommen zu News und wir haben heute was richtig schönes. Ich denke, ich starte auch direkt ein. Warum groß um den heißen Brei drum herum reden? Das, was für mich am schönsten war hier in diesem Vehikel, Ask Me Anything, was jetzt rauskam, war, dass die Landingcam irgendwann kommen wird. Leider nicht kurzfristig, aber die Dockingcam, die hier mit 3.13 reinkommt, geht schon in die Richtung. Also da verweisen sie hier auch drauf. Ja, Landingcam, erstmal kurzfristig kommt sie nicht, aber in der Zukunft vielleicht... Warum kommt zuerst... Also wieso schafft sie hier, die ist sogar zuerst eine Dockingcam einzubauen, was, glaube ich, technisch sogar aufwendiger ist als die andere, als eine Cam, die einfach nur nach unten guckt. Naja, ist egal, aber ich bin froh, dass sie es zumindest auf dem Schirm haben. Und ihr werdet jetzt hier sehen, das sind eine Menge Fragen. Ich habe die, die ich als am wichtigsten erachtet habe und da waren eine Menge gute Informationen drin. Ich habe euch die Informationen direkt so zusammengefasst. Deswegen werde ich da jetzt nicht chronologisch durchgehen, sondern würde meine Zusammenfassung direkt geben. Also, sie wollen hin zu langsameren Kämpfen. Das wissen wir schon eine ganze Weile, dass die Geschwindigkeit gedrückt werden soll ein wenig. Sie wollen uns nicht künstlich beschneiden. Sie wollen aber, dass es gewisse Vorteile hat, wenn man langsamer fliegt oder Nachteile eben, wenn man schneller fliegt und dass sich das organisch anfühlt. Ja, CRG möchte hier auf jeden Fall nach wie vor eine Menge Sachen vereinen, die schwer zu... Oh, ja, wie lieb ich bin, Mann. Das ist sehr lieb von dir. Sie wollen hier eine Menge Sachen vereinen, die schwer zu vereinen sind. Sie wollen ein Dogfight-Gefühl im Weltraum, aber auch die 6 Degrees of Freedom uns weitergeben. Also, sie wollen nicht, dass wir uns wie eine Kamera fühlen, die in einem Dogfight die ganze Zeit einfach nur auf den Gegner guckt und das ist das einzige Ziel im Dogfight, sondern sie wollen... Ich weiß es nicht genau, was sie wollen. Sie wollen aber auch, dass wir umeinander rumfliegen und uns fühlen wie in einem Raumschiff. Ich persönlich mag das Kampfsystem aktuell schon ganz gerne. Ich hoffe natürlich, sie verbessern es noch ein bisschen. Aber das steht... Sie versuchen so unterschiedlich, fundamental gefühlt, fundamental entgegengesetzte Sachen zu erreichen. Eben auch mit den langsamen Kämpfen. Also, sie wollen, dass die Kämpfe langsamer werden, aber unsere Raumschiffe können sehr schnell sein und können dann auch schnell den Kämpfe wieder verlassen. Aber ich hoffe einfach, sie kriegen es hin und sie lassen das System, wenn es irgendwann richtig Spaß macht, einfach so, auch wenn es nicht alle ihre Punkte abhakt. Also, ich finde da... Also, ich hoffe einfach, dass sie ab dem Punkt dann auch einfach sagen, nee, das ist jetzt gut. Ja, okay, es fühlt sich nicht exakt an wie Dogfighting, aber es macht einen Riesenspaß und ich denke auch, das werden sie dann so machen, wenn es so weit ist. Außerdem, G-Kräfte sollen wieder reinkommen ins Spiel. Jetzt auch noch nicht direkt. Das, was erstmal ansteht, sind die Capacitors, also dieses neue Gameplay-Element. Dinge, die sowas wie Waffenenergie darstellen und dann macht man die leer. Also, man schießt und dann gehen die leer. Und die Waffen können aber auch überhitzen währenddessen. Und das war auch eine Frage, wenn sie überhitzen und dann nehmen sie langfristig Schaden. Also, wenn man jetzt 10 Minuten Dauerfeuer macht, dann gibt es langfristig Schaden an den Waffen oder Komponenten. Und wenn man kurzfristig die Energie braucht oder erhöhen will oder irgendwas, dann die Capacitors sind dann gefragt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nach wie vor noch nicht exakt zu 100% vorstellen. Vielleicht habt ihr schon eine bessere Vorstellung davon. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass die G-Kräfte irgendwann wieder zurückkommen und man dann wirklich managen muss und darauf achten muss, dass man den eigenen Spielercharakter nicht überlastet mit G-Kräften. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Denn das hat früher mal sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein schöner Skill-Check. Fand ich zumindest. Dann Sie balancen Stück für Stück. Gut, das ist jetzt keine neue Information, aber das wollte ich nochmal erwähnt. Und ich wollte es auch nochmal sagen, dass das kein Schnipp und jetzt ist alles gebalanced ist, sondern dass sie hier mehrfach in mehreren Fragen erwähnen, dass sie Stück für Stück iterieren und aufeinander aufbauen und neue Spielelemente reinkommen und sie dann wieder iterieren und sie auch nicht einfach irgendwelche Schiffe neu balancen, weil das dann wieder in anderen Sektionen einen ganz großen Einfluss haben könnte. Und deswegen werden sie da wirklich nach wie vor Stück für Stück für Stück iterieren. Dann Licht- und Türpaneele. Wir kennen sie aus der Mercury Star Runner. Da sind die das erste Mal drin aufgetaucht. Sie funktionieren ja auch einwandfrei. Also gar kein Problem. Türen öffnen, schließen. Sensoren funktionieren nicht. Ja, aber grundsätzlich sind sie da. Die Lichtschalter, die funktionieren tadellos. Also man kann das Licht in den einzelnen Räumen an- und ausschalten. Das ist super. Und das finde ich echt eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn das Schiff im Alarmmodus ist, kann man das Licht ausschalten und wieder anschalten und dann ist der Alarmmodus weg. Finde ich ganz nett, dass man dann quasi manuell den Alarm zumindest in einigen Räumen dann ein wenig abschalten kann. Und ich hoffe natürlich, da kommen noch mehr Features in die Richtung, dass man auch manuell den Alarm anschalten kann. What the actual fucking hell, was ist denn da los? alle Schiffe noch weiter ausgebreitet. Auch rückwirkend. Das bedeutet, alle Schiffe, die es jetzt noch nicht haben, werden es noch bekommen mit den Türpanelen. Und ich hoffe sehr, dass sie dann die Türpaneele nicht in vier Meter Höhe machen wie bei der Mercury Star Runner. Wenn die gelandet ist, ist es sehr, 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 sehr schwer, an dieses Türpanel reinzukommen. Man schafft es mit dem Innerford-Menü, aber das wirkt halt unrealistisch und ist ein wenig komisch. Es wirkt komisch, wenn man das sieht, das ist vier Meter weit weg von mir und dann kann man es aber trotzdem noch bedienen. Und das ist auch immer ein bisschen fuddelig, aber was soll's. Missile Operator Mode, der wird ja dafür verantwortlich sein, wie sich Raketen und Torpedos steuern. Und da fand ich die geilste Information, die es dazu gab, dass man offenbar Torpedos und Raketen ohne Lock abschießen können wird. Das bedeutet, das ist dann vermutlich mit der Höhe höchste Skill, den man einsetzen kann, wirklich manuell so ein Torpedo rauszuballern. Es stand jetzt nicht bestätigt drin, dass es so geht, aber sie haben es sehr explizit so in dem Satz erwähnt, dass man dann eben auch die Option haben können wird, ein Torpedo einfach so mal rauszuschießen und dann auf so eine Lockzeit und sowas natürlich zu verzichten damit. Aber es wird schwer sein, das dann richtig zu teilen. Ich freue mich aber sehr darauf, denn das finde ich eine coole Idee, eine wirklich coole Idee. Dann, Bodenfahrzeugsteuerung soll realistischer werden. Momentan rutschen die und schlittern die manchmal noch ein bisschen. Es fühlt sich noch nicht so zu 100% gut an. Ich liebe es schon, es macht schon sehr, sehr viel Spaß, aber ich sehe da durchaus Raum zur Verbesserung und den sehen sie offenbar auch und wollen das noch umsetzen. Und zu guter Letzt, der Tonk, und jetzt kommt was Großes, bekommt tatsächlich Independent Track Movement. Das bedeutet, es wird wieder bei einem richtigen Panzer so sein, dass die beiden Ketten unabhängig voneinander sich bewegen und so die Bewegung von dem Tonk gestalten. Und das finde ich eine schöne Sache, denn das wird viele, viele von euch, denke ich mal, sehr freuen. Dann wollte ich auf jeden Fall noch darauf eingehen, dass das Freefly Event ja jetzt gestartet ist. Wenn ihr neu weiß, dass ihr das in den Seiten gerade reintaucht, dann nutzt natürlich gerne meinen Referral Code. Da kriegt ihr 5000 Alpha Juicy, wenn ihr den bei der Account-Aerstellung, das geht nur bei der Account-Aerstellung, angebt und ich bekomme einen Referral, also ihr werdet bestätigt, ihr bestätigt, dass ich euch für das Spiel angeboren habe. Hahaha. Und so steigt mein Einfluss im Star Citizen-Universum. Ja, benutzt einfach diesen Code hier. Ist natürlich alles unverlinkt. Packt den hier rein und vorher braucht ihr einen, müsst den Account erstellen. Da. Na, wer ist denn der so gut aussehende Kerl da? Ja, und dann könnt ihr das Spiel runterladen. Ist relativ einfach und dann könnt ihr das bis zum 15., bis zum 15., also das läuft jetzt schon, bis zum 25. ausprobieren. Mit folgenden Schiffen. Wir haben hier einmal die Mustang Alpha, die Aurora MR, die Anvil Arrow und die Miss Freelancer und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl fürs Freefly, denn wir haben hier die beiden Starterschiffe, zwischen denen man sich eventuell entscheidet. Man hat hier einen etwas stärkeren, leichten Fighter, den man eventuell auch benutzen möchte. Der hat dann halt kein Frachtraum, es gibt auch ein Angebot für den und die Miss Freelancer, wo man dann das erste bisschen Multicrew eventuell mitkriegt und das erste Mal in einem Schiff dann auch wirklich rumlaufen kann. Ja, okay, in der Aurora kann man auch ein Stück zum Sitz und zum Bett laufen, aber das hat wirklich einen begehbaren Frachtraum und ein Interieur. Also ich finde, das ist, da kriegt man, glaube ich, einen sehr schönen Eindruck vom Wörs. und hier, diese Packs gibt's, ein bisschen reduziert, ist okay, könnt ihr euch gönnen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem haben wir Alpha 3.12 Post Mortem bekommen und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Arbeit sie sich in diese, wie viel Arbeit sie da rein investieren, denn hier wird wirklich, hier schreibt jede Sektion, die an dem letzten Patch, 3.12 in dem Fall, beteiligt war, was sie getan haben, was gut gegangen ist, was schlecht gegangen ist und ja, was sie das nächste Mal anders machen möchten oder in Zukunft anders machen möchten. Das ist eine Menge Arbeit, glaube ich, was hier reingesteckt wird, um uns das so schön aufzubereiten, also guckt da gerne rein, wenn dir das, wenn euch das interessiert, nochmal, aber ich meine, grundsätzlich haben wir alle Informationen zu 3.12, da steht jetzt nichts essentiell Neues drin, das Patch ist ja schon da. Also, vielen Dank fürs Zusehen, auf Twitch geht's jetzt weiter mit RimWorld und wir sehen uns dann das nächste Mal, bis bald. Bis bald.